Hallo und herzlich Willkommen zu Achtung die Kurve mit Wartime Dignity. Hallo. Guten Tag. Und ich hasse euch übrigens. Boah, Alter. Wie geil ist das denn? Ich glaube, ich habe euch mal ein bisschen fett gemacht, wa? Ein bisschen. Ein bisschen, wa? Ein bisschen zu viel. Cool. Aber dann fahre ich da gegen die Ecke, das ist ja nicht wahr, oder? Und wie geht's dir da oben, Tino? Oh, es geht. Es läuft, würde ich mal so sagen. Ah, okay. Tino, Tino? Nein! Was war eigentlich hinterher das? Das war aber echt eine Millisekunde oder so. OMG. Du machst aber und langsam nicht mehr wohin. Ja, ha. Alle auf gelb. Oh nein, 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 oh nein. Was ist denn hellgrün für ein Lacker? Ich glaube gerade nicht. Ich glaube nicht. Was ist das denn für ein Blick? Oh, mies gegeben. Das ist aber schon dreckig. Oh, Jenny hat mal ne Runde gewonnen. Cool. Oh, Jenny hat mal ne Runde gewonnen. Wie gut höflich. Wie denn? Ich hab das doch nur gewertschätzt. Aber wie du das getan hast. Aber wie du das getan hast. Nein. Oh nein. Oh Gott, ich hab nur so viel Platz da unten gehabt. Nein, 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 nein. Ja, Alex, wo? Wie sie alle da eckig rummachen, ey. Da egal. Ja, ja, Faker, wir sehen, dass du einen Ball lag hast. Ist gut. Ich weiß nur noch mal. Der ist im Schicksal. Faker. Nein, was? Was? Oh, mies. Oh, mies. Oh. Ich hab euch den, halt. Ich so, hä, wie, was? Wir waren das gerade so böse. Ja, ja, Positionen tauschen. War das gerade so böse, dass einer ins Aus gefahren ist und ich irgendwo im Aus war und ich wusste nicht, wo ich war? War sehr böse. Och, nö, doch. Man könnte jetzt sagen, das geschieht dir recht, Hölle, soweit oben bist, aber naja. Ja, ja, jetzt werden wir mal nicht fies, ne? Nö, wir sagen das nicht, nee. Guck mal, Terrorhase ist ja auch oben. Wir denken gewesen. Nee, die ist, äh, nicht direkt oben, direkt oben bist ja du, ne? Oh, ich glaube, da gehen gleich welche kaputt, ey. Nö, voll geil. Ne, willst du dich mit mir anlegen? Nee, grad nicht, oh. Wie ist da nicht so da? Aber ich weiß nicht, wohin. Oh, 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 oh. Oh, Tino, ey. Guck mal, wie viel Glück er hat. Oh, 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 mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Ist denn das war, dass du wieder bekannt hast? Ja, das auf jeden Fall. Und Glück auch noch dazu. Ja, ja, das ist Glück, Nies, klar. Ja, Lenkrad und so, ja. Oh, du, miese Banane, du. Was? Was? Was hast du da gesagt, Tino? Ich hab nur Banane gesagt. Wir haben alle eine Banane. Sag sich über Bananen ein. Nein, nein. Oh, das gefällt mir aber. Nein, nein. Ich könnte echt... Ich wiederhole nicht das, was ich vorhin gesagt habe. Du oderholst bloß nicht. Nein, 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 nein. Sehr schöner Kreis, Carbon Fight. Sehr schön. Den hast du jetzt wunderhübsch gemacht. Das ist ein kaputter Kreis. Und jetzt? Oh, jetzt gibt es hier Items, die rumtüdeln. Rumtüdeln. Oh, ich würde gerne wissen, was ist das da unten? Das da, was jetzt gleich in den Mitteln bleiben soll ich stehen. Echt? Nee, ich meine, dass es da drunter ist. Nein, schade. Achso, okay. Jetzt gibt es viele Items. Wie ich das schon lese, da oben, das Pro, ne? Oh, E.K. Ja, ja. Ja, ja. Das ist das Pro da oben. Ja, ja. Abgehoben. Chavos wissen, wer da barm tut. Jawohl! Ja. Was macht ihr denn da? Drei Punkte kommen, ey. Meine Tastatur hat nicht funktioniert. Oh, nee, das ist ja mies, ey. Oh, ist das mies. Ja, das hat aber auch genau gepasst. Pascal, hast du gesehen? Hast du gesehen unten bei mir? Ja, ich hab's gesehen. Hm. Vor allem, ich bin schon viel weiter als hier. So, ich gehört, wir müssen auf Rot gehen. Rot und Blau. Sehr gute Idee. War noch Blau? Blau, wir haben viel gezeichnet. Da wurde es gerade gelöscht wieder. Ja. Ja. So sehen. Oh, komm. Ernsthaft. Ja. Geh. Mach einen Kreis wieder. Gegen Kreis machen. Los. Nein. Mach ich nur, äh, 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 Geh gegen Kost. Oh, jetzt hab ich noch... Gelb überlebt, das... Nee, doch nicht. Rot hat gewonnen. Ich dachte, Gelb war der Letzte. Ja, nee, ist klar. Pro. Pro. Boa. Wir nennen dich jetzt nur noch Pro. Boa. Bitte nicht, der denkt, der wärs gut. Was? Unmöglich. Zumachen, zumachen, zumachen! Jawoll. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh. Oh, wie mies. In dem Moment. Heck ich. Blau, jetzt, pass auf. Oh mein Gott. Oh. Jawohl. Oh, hab ihr das gesehen? Da hab ich erstmal wieder nen Pro-Move gemacht. Ja, ja, da musste ich mal wieder zeigen, wer der steht. Hier nen Fass aufmacht, ey. Jawoll. Oh, das Item möchte ich da gerne haben, aber das bekomm ich nicht. Und hellblau dachte er hat's. Oh, guck mal wie sich er da durchschlängelt. Habt ihr das gesehen? Unbelievable, ey. Alter, du arbeitest doch voll mit Leg-Compensation. Gibt's dir erzähl, was du willst, ey. Oh, der hat ein Lenkrad von dir geklaut. Der sieht alles vorher. Der hat so ne graue Linie, was ihn vorzeichnet. Wo es als nächstes hinschlägt. Ja, ich hab mir so nen Bot installiert, der schlägt diese Wege vor. Alter, war fiss euch, war fiss euch. So Navi-technisch. Oh, nein. Nein. Scheiße. Wir hatten süchtig Legger. So, ihr seid zu dünn. Oh, Mann, wie schnell dreht sich das denn alles bei mir hier? Ey, du hast ja gar nicht mehr gewusst, was vivo ist, ne? Ja. Du riechst nicht so viel trinken, dann dreht sich auch nicht alles. Boah, was ist das denn? Was ist das? Kann ich jetzt durch die Wand, oder was? Ja. Ja, klar kannst du durch die Wand fallen. Geht. Auf jeden Fall. Nein, das ist für items-typisch gewesen. Nein! Oh, röd. Nein. Ey, rot, ey, schlängelt sich da ganz so lang, ey. Hier, komm, ruhig. Das ist doch unglaublich. Guck dir das an. Ich drück die ganze Zeit nach links. Es ist doch durch. Ich hab jetzt gehört, auf rot gehen wir einfach mal. Äh, alle. Auf alle. Wie, noch ne Runde? Ach, bis 70 geht's. Bis 70, ja, ja. Wie sie alle, weißt du, alle in meine Richtung Stuhlstrax fahren. Ja, äh, also. Piss dich, piss dich. Ah, nein! Guck mal, mein Gott. Guck dir das an. Guck dir Rot mal an. Ohne Witz. Guck dir das an. Oh, mein Gott. Und jetzt darf er meinen Platz nutzen, den ich mir da frei gemacht habe. Oh Gott. Tino kannst mal, Tino kannst mal ein bisschen Teamwubber anmachen bei dem. Das haben wir gar nicht im Ausdruck gesagt. Er sagt, of course he will hack. Ja. Dringend mal ne Überprüfung starten. Ah, Mann ich kann das Spiel nicht. Aron, da hast du vollkommen recht. Unterschreib ich. Hi Tino. Na, wie geht's hier? Gut. Ach Rot, du stinkst doch echt nach Wirsing. Was ist denn Wirsing? Gewöse. Boah, komm ich will nicht durch ey. Die Arten von Essen kenn ich leider nicht. Achso, Gemüse kennst du nicht. Das, was im Boden wechselt. Ich ess nicht so gerne aus dem Boden, ne? Solange deine Füße nicht so aussehen. Ja, guck dir das Rot an, ey. Danke Cosmo. Jaaa. Danke Cosmo. Jaaa. Aber er hat trotzdem gewonnen. Ich schreib dann noch GG, weißt du. Wenn sie verlieren, weißt du, dann halten sie den Rand. Aber wenn sie gewinnt, GG, bin der Beste. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Hauts drin. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt. Achtung Pro Spieler. Ciao. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.